Heute möchte ich euch dieses wundervolle Buch Happy, das Buch vom Glück des Moments, erschienen im 360-Grad-Verlag, vorstellen. Ein ganz tolles Buch zum Thema Achtsamkeit. Wie kann man sich glücklich fühlen, indem man auch einfach die kleinen Dinge im Leben achtet und wertschätzt. Geschrieben von Nicola Edwards und illustriert von Katie Hickey. Wunderschön, ganz farbenfroh für die Kleinsten, da Achtsamkeit, es geht um Zuhören, einfach mal die Welt um sich herum anzuhören, was hört man denn, fühlen, wie kann ich mich, was fühle ich, wie kann mich das glücklich machen. Entspannen, entspannen, wie finde ich Entspannung, schmecken, wie schmecken Dinge. Wenn ich mich einfach mal darauf konzentriere, berühren, auch hier die wunderschönen Bilder, die einfach glücklich machen, wenn man sich schon anschaut. Entdecken, was kann ich um mich herum entdecken, wenn ich einfach mal genauer hinschaue und mir die Zeit nehme. Riechen, was rieche ich, oder wie riecht etwas, oder auch welcher Geruch kann welche Erinnerung hervorrufen. Lieben, wie fühlt sich Liebe an, wie fühlt es sich an, wenn ich umarmt werde, oder wenn ich auch jemandem Liebe schenke, wenn ich jemandem Wertschätzung entgegenbringe, oder wie ich gewertschätzt werde. Atmen, was kann die Atmung machen, kann sie uns glücklich machen, glücklich sein, was ist glücklich sein. Alles das wird in diesem wundervollen Buch thematisiert, wunderschön illustriert und es gibt einfach Kraft in diesen doch manchmal nicht so ganz leichten Tagen. Viel Spaß dabei.